ja seitlich runter aus dem Auge Kloster Limpurg war es, wo man es sieht ist das ja widerliche Luft heute Puh Puh ich habe irgendwas bei der Garmin Karte umgestellt jetzt ist die voll dunkel das geht ja schon wieder ab die Rakete ich versuche mal ranzukommen wieder ja 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 Ich muss mich einfach überlegen, ob wir dann rauskommen, wo ich rauskommen wollte. Dann kommen wir dann unten in so einem Stückchen raus, wo wir dann mal so ein Stückchen steil hoch müssen, wo es dann rechts auch tierisch steil runter geht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Fahren ist bei dir immer so eine Sache. Wenn du sagst, das kann man hochfahren. Ah, der Bus-ilgepeitschte Ast. Voll verbremst. Wow, Blätter! Alter! Was ist denn da los? Komisch! Aua, voll oft mal kaputt, ich knie, das ist nicht gut. Ups! Alter, leck's am Arsch, was für ein Stück! Boah, haha, scheiße! Moment, ich brauche unbedingt einen Helm, der nicht rutscht, der auf der Position bleibt, wo er ist. Alter! Wo führt denn der mich heute wieder lang? Ah, scheiße! Ah, das ist immer noch sehr... ...zerpentine! Ja... ... điều funktion? Hier... ...deine Arm蛇... Oh, klack! Ja, und hier war es letztes Mal so zugewuchert, da konntest du nicht mehr fahren. Ah, Stacheln! Ah, Stacheln! Ah, Stacheln! Ah, Stacheln! Ah! Ah, da war es ein bisschen zu weich der Untergrund. Ah, da war es ein bisschen zu weich. Oh, leck's doch am Arsch! Oh, hei, 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 hei! Oh, hallo Baum! Oh, hallo! Oh, hallo! Ich habe irgendwie noch das Routing an beim GPS. Ja, Moment, ich mache mal das Routing aus. Oh, hallo! Oh, hallo!